da ist pampelone ich glaube ich schaß nicht mit zum bus fack dann muss ich nicht an der küsse zurück aber es sind trotzdem noch acht kilometer oder so oder zehn taxi kann ich mir nicht leisten auch wenn ich das geld dabei habe aber es geht einfach nicht so bestimmt 20 25 euro oder so das kann ich nicht ich weiß noch nicht genau wann der los fährt zehn nach acht kurze acht viertel nach acht zwanzig nach acht jetzt ist es viertel vor acht aber ich muss noch ein stück ich höre zwar schon die musik aber der hält ja nicht direkt am strand die knie geht etwas besser aber es muss ja kein berg mehr hoch gott sei dank jetzt noch bergab so ein berg davor ist natürlich aber acht uhr ist schon der Sonnenuntergang jetzt ja es ist immer noch echt warm zu warm für meinen geschmack jedenfalls hier oben lang oder unten ich gehe so schnell wie möglich zum mittel des strandes und von da aus zur bushaltestelle ich weiß nicht ich weiß es nicht wenn ich es nicht schaffe ich weiß nicht ob ich ihn treffe nächstes jahr da wollte ich auf jeden fall noch mal vor 1 Uhr los am besten 10 oder 9 da kann man auch schön an die stränden tauchen ich war zwar auch eine stunde im wasser aber die letzten zwei stunden habe ich quasi nur noch kurz für fotos angehalten und selbst das auch nicht mehr so es ist zwar noch hell und so aber die kamera gleicht auch einiges aus ich sehe noch alles die stunde stand hier noch ein bisschen über dem berg rüber quasi hier wollte ich ja auch gerne wenigstens an diesen bars vorbeigehen diese weiß gar nicht wie sie heißen ich habe es geschafft es ist immer noch so ein Stück, fuck ist es da irgendwo in der Mitte das Stück